Hi Leute, ich bin AC Player und das ist die siebte Folge von Rayman Legends. Wir sind weiterhin weiter hier in der zweiten Welt, die Zauberkröte und jetzt müssen wir das hier spielen, Panzerkröte. Wahrscheinlich ein Bosskampf wieder, sowas wie ein Bosskampf. Wir haben vier Sterne hier. Das heisst, das heisst, was heisst das? Wow, da war einer. Das heisst, dass es schwierig wird. Was mach ich eigentlich? Ein Quatsch. Oh, aufpassen. Danke. Der schon wieder. Was macht der? Der ölt es. Ich versuche die doch zu retten. Warum macht der so dagegen die ganze Zeit? Der will. Ich versuche diepperkampf. Die sind echt neig. Das ist alles. Wohne Leute, die sind so schade. Ich bin so schade. Ja, super. Okay, komm. Komm her. Ich mach euch noch platt gleich. So, und ich habe, glaube ich, davor hat es mir nicht gereicht. Und deswegen hätte ich ihn nicht gehabt. Das gibt es doch nicht. So ein Affe. Diese Raketten, die regen mich auf. Oh, Mann. Ich muss runter. Ich muss runter. Ich weiß, dass ich runter muss und ich gehe nicht runter. Aber die Raketten, die jetzt... Jetzt gerade fliegen die nicht auf mich. Jetzt komm, 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 komm. So, okay. So, habe ich ihn erledigt? Ich glaube... Da ist der wieder. Na, ich helfe dir jetzt. Oder war das vielleicht ein anderer? Ich weiß es gar nicht. Bing. 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 Ja, tatsächlich. Das war ein anderer. Aber ich habe nur zwei gerettet. Wahrscheinlich hätte es mir für den einen da nicht gereicht. So wie ich es da am Anfang... Na ja, macht ja nichts. Wir spielen das erst mal so durch. Orchestral Chaos. Und wieder ein Kuscheltier. Die Kuscheltiere werden wir uns immer wieder mal ansehen. So, und hier haben wir wieder so ein Finale wie nach der ersten Welt, wo ein Musikstück gespielt wird. Und wir müssen einfach die Hindernisse, den Hindernissen aus dem Weg gehen. Und hier haben wir auch irgendwelche... Wie heißen die? Kleinen Dinge finden, weiß ich jetzt nicht. Toll. Super. Oh Mann. Das kann doch nicht so schwer sein. Nein. Da habe ich einen verpasst. So, da habe ich ihn. Der erste. Der zweite. Dann dreht er. Jetzt haben wir alle. Wie in einem Musical. So, da haben wir wieder so eine Rubbellosen mit Pauken und Trompeten und Trophäe erhalten. Unglaublich. Du hast diese Welt von Alpträumen befreit. Du hast diese fünf Glücklose wirklich verdient. Okay. Dann rubbeln wir mal. Baby. Ein Gemälde. Ein Gemälde haben wir gewonnen. Ich glaube, das ist dann ein weiteres Level. Können wir gleich mal schauen. Ein Kleinling. Ein Kuscheltier. Dann haben wir noch drei. Da kriegen wir jetzt Lums. 2.000 Lums. Ihr könnt mir mal vielleicht in die Kommentare schreiben, was man mit diesen Lums machen kann, weil ich habe keine Ahnung. So, ein Kuscheltier. Voll. So, ein Kuscheltier. Palmu. So, da gehen wir gleich weiter. Der fällt nur noch ein paar Pokale, bis die Genialitätsstufe 5 erreicht. Ah, okay. Heroes, Challenges, Kung-Fu, Back to Origins. Da will ich mal kurz rein. Ich will mal kurz gucken. Ah, guck mal, da haben wir wieder Levels freigeschaltet. Da sind ja mehr Gemälde aufgetaucht. Ich glaube, am Anfang waren es nur drei Gemälde, wo ich hier das erste Mal drin war. Und jetzt sind es mittlerweile, glaube ich, sechs. So, aber wir gehen jetzt hier mal zum dritten Level, zu der dritten Welt. Fiesta de los Muertos. Und hier seht ihr drei. Höchste, glaube ich. So, und wir haben hier 55 Kleinlinge zu retten. Wow. Und das erste Level hat gleich Schwierigkeitsstufe 2. Ente gut, alles gut. Ente gut, alles gut. Oh nein. Will er mich jetzt gerade veralbern? Das gibt's doch nicht. Der hat mich zu einer Ente gemacht. Oh Mann, der Typ, der macht mich fertig, gell? Und jetzt kommt Murphy. Jawohl, danke. So, okay. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Denn wo bleiben die Kleinlinge und ich weiß nicht wo. Hallo Das gibt's doch nicht Und warum verzaubert mich der eine? Da oben ist Ein Kleining, aber wahrscheinlich nicht der erste oder? Doch der erste, also wir haben doch nichts verpasst Noch nicht Warte, warte, warte Hier kann man ja nach links gehen Was mir das allerdings Bringen soll, weiß ich nicht Naja gut, vielleicht, ich dachte vielleicht gibt's dann einen Geheimgang Gibt's nicht Toll Ich mach jetzt noch gar nichts Ich nehme erstmal das hier, genau Hm Hm Wie komm ich da hoch? Komm ich da hoch überhaupt irgendwie Warte mal Ich glaube der wird Ah, okay Das ist der zweite Wie kommt der? Ah Uh Uh Das wollte ich, genau Oje, was passiert denn da? Aufpassen Ich Ich muss aufpassen Okay, jetzt bin ich hier Und weiter Ah Okay Nein Hu Hu Warte, warte, warte Warte, warte Warte Nein Mann, 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 Mann Jetzt hab ich's Jetzt hab ich's, okay Nein Hu Hu, das war jetzt Das war jetzt echt Glück Ich hab gedacht, jetzt flieg ich runter Hu Das war jetzt Glück Okay Okay Jetzt müssen wir hier aufpassen Also ich hab's jetzt rausgefunden So wie der fliegt So Wird da gefressen Dieser Kuchen Wird da gefressen Was sind das? Tomaten Ich glaube das habe ich jetzt hier Ein wenig verkehrt gemacht, glaube ich Ja, das glaube ich So Nochmal Warte mal, warte mal, warte mal Nein Aber ich glaube da oben ist nichts Von dem her War ja, war ja klar kommt es bringt doch nichts ich werde wirklich wahnsinnig hier ich muss da hoch ich muss irgendwie da hoch jetzt so puh war doch gar nicht so schwer sagen dass es der dritte ist ja ok komm so jetzt weiter geht's ok ich glaube da weiter komme ich nicht ok super ok da weiter gibt es nichts der eine der mich in diesen chicken verwandelt hat früher geht es nicht nein ok dann gehen wir weiter schaffe ich das? jawoll so dich habe ich ah ne so nicht da muss ich jetzt warten jetzt nein so da genau ich habe nämlich so ein Gefühl gehabt da ist irgendwas ich habe diese Lava oder was das auch ist habe ich ja gar nicht erst mal bemerkt nein was mache ich denn ich werde gleich wahnsinnig ey ich schwör bei Gott ich werde gleich wahnsinnig ich probiere es noch einmal so nein nein oder doch naja gut war nicht schlecht puh und wie geht es da weiter nein nein da war ich doch schon das war schon zu Ende okay ja 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 normal Je, ich werde wahnsinnig Das ist ja doch so einfach Das ist so einfach Ich kann es echt nicht fassen Na, komm 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 Und jetzt Aha Oh, Gott sei Dank Ich habe ja gesagt, das ist ja voll einfach Oh, hier Chicken in Raymond So, da haben wir den nächsten Kleinling Ah Der ist aufpassen, das sind bestimmt Ich habe es gesagt Ich weiß ja gar nicht, wo ich bin Oh, nein, 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 nein Da ist nix Nein, da ist nix Toll, gell, super Echt eine Bombe. Nein. Mann. Da kann man ja nur sauer werden. Ohne Witz. Ich bin doch dämlich. Ich bin so dämlich. Oh Mann. Wo ich gesehen habe, wie das andere spielen, habe ich mir gedacht, das Spiel kann doch nicht so schwer sein. Es kann echt nicht so schwer sein, aber es kommt echt auf den Millimeter hier genau an, wie du springst, wo du springst. Ohne Witz. Ohne Witz. Wow. Haben wir alle. Ja tatsächlich, wir haben alle. Ha. Wir haben alle. Alle Kleinlinien gerettet. Je. Gott sei Dank. Oh, so ein komisches Level. Juhu. Das sind 10 pro Level, gell? Ist mir gar nicht so aufgefallen vorhin. Da werden ein paar Levels wieder freigeschaltet. So, dann schauen wir mal. Wir rubeln, Baby. Jawohl. Back to Origins. Ein Gemälde. Sag mal. Neues zurück zu den Ursprüngen Gemälde freigeschaltet. Haltlose Höhlen. Und hier faule Früchtchen werden wir dann in der nächsten Folge spielen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und Tschüss.